Roulette System Origami Code von seltsam kennt sie Video, hier führe ich live das neue Supergewinn Roulette System Origami Code vor, live in einem Internet Casino. Die genauen Rules und Spielanleitung können sie im Forum, http.doppelpunkt, slash, slash, odbakbrumbi, punkt, blogspot, punkt, com, herunterladen. Nun sind wir live im Internet Casino und es ist eine sogenannte Falte gekommen, was besagt, wir müssen jetzt die nächsten 3 Coups auf Rot setzen. Und wie sie sehen, es kommen die 14, die 7, die 27 und wir haben gleich 3 mal sofort gewonnen. Jetzt eine Pause und die nächsten Falten abwarten. Es fällt die 33, gut so, wir haben ja nicht gesetzt, dann fällt die 12, ebenfalls gut so, wir haben nicht gesetzt, dann kommen die 10, gut so, wir haben, auch nicht gesetzt. Aber jetzt gleiche Situation wie eben, 3 mal auf Rot setzen. Es fällt die 9, wir haben gewonnen, es fällt die 21, wir haben gewonnen, und dann fällt die 22, da haben wir leider verloren. So, nun nach 10 Coups Schluss und die Bilanz ist hervorragend. 6 mal gesetzt und 5 mal gewonnen, das macht 5 Satzstücke mit Gewinn, macht 1 Satzstück mit Verlust, macht im Resultat 5 Gewinnstücke netto. Ein hervorragendes Ergebnis. Roulette System Origami Code von seltsam kennt sie Video, hier führe ich live das neue Supergewinn Roulette System Origami Code vor, live in einem Internet Casino. Die genauen Rules und Spielanleitung können sie im Forum, http. www.doppelpunkt, slash, slash, odbakbrumbi, punkt, blogspot, punkt, com, herunterladen. Nun sind wir live im Internet Casino und es ist eine sogenannte Falte gekommen, was besagt, wir müssen jetzt die nächsten 3 Coups auf Rot setzen. Und wie sie sehen, es kommen die 14, die 7, die 27 und wir haben gleich 3 mal sofort gewonnen. Jetzt eine Pause und die nächsten Falten abwarten. Es fällt die 33, gut so, wir haben ja nicht gesetzt, dann fällt die 12, ebenfalls gut so, wir haben nicht gesetzt, dann kommen die 10, gut so, wir haben auch nicht gesetzt. Aber jetzt gleiche Situation wie eben, 3 mal auf Rot setzen. Es fällt die 9, wir haben gewonnen, es fällt die 21, wir haben gewonnen, und dann fällt die 22, da haben wir leider verloren. So, nun nach 10 Coups Schluss und die Bilanz ist hervorragend. 6 mal gesetzt und 5 mal gewonnen, das macht 5 Satzstücke mit Gewinn, macht 1 Satzstück mit Verlust, macht im Resultat 5 Gewinnstücke netto. Ein hervorragendes Ergebnis. Roulette System Origami Code von seltsam kennt sie Video, hier führe ich live das neue Supergewinn Roulette System Origami Code vor, live in einem Internet Casino. Die genauen Rules und Spielanleitung können sie im forum, http.doppelpunkt, slash, slash, odbakbrumbi, punkt, blogspot, punkt, com, herunterladen. Nun sind wir live im Internet Casino und es ist eine sogenannte Falte gekommen, was besagt, wir müssen jetzt die nächsten 3 Coups auf Rot setzen. Und wie sie sehen, es kommen die 14, die 7, die 27 und wir haben gleich 3 mal sofort gewonnen. Jetzt eine Pause und die nächsten Falten abwarten. Es fällt die 33, gut so, wir haben ja nicht gesetzt, dann fällt die 12, ebenfalls gut so, wir haben nicht gesetzt, dann kommen die 10, gut so, wir haben auch nicht gesetzt. Aber jetzt gleiche Situation wie eben, 3 mal auf Rot setzen. Es fällt die 9, wir haben gewonnen, es fällt die 21, wir haben gewonnen, und dann fällt die 22, da haben wir leider verloren. So, nun nach 10 Coups Schluss und die Bilanz ist hervorragend. 6 mal gesetzt und 5 mal gewonnen, das macht 5 Satzstücke mit Gewinn, macht 1 Satzstück mit Verlust, macht im Resultat 5 Gewinnstücke netto. Ein hervorragendes Ergebnis. Roulette System Origami Code von seltsam kennt sie Video, hier führe ich live das neue Supergewinn Roulette System Origami Code vor, live in einem Internet Casino. Die genauen Rulets und Spielanleitung können sie im Forum, http. slash slash, odbakbrumbi, punkt, blogspot, punkt, com, herunterladen. Nun sind wir live im Internet Casino und es ist eine sogenannte Falte gekommen, was besagt, wir müssen jetzt die nächsten 3 Coups auf Rot setzen. Und wie Sie sehen, es kommen die 14, die 7, die 27 und wir haben gleich 3 mal sofort gewonnen. Jetzt eine Pause und die nächsten Falten abwarten. Es fällt die 33, gut so, wir haben ja nicht gesetzt, dann fällt die 12, ebenfalls gut so, wir haben nicht gesetzt, dann kommen die 10, gut so, wir haben auch nicht gesetzt. Aber jetzt gleiche Situation wie eben, 3 mal auf Rot setzen. Es fällt die 9, wir haben gewonnen, es fällt die 21, wir haben gewonnen, und dann fällt die 22, da haben wir leider verloren. So, nun nach 10 Coups Schluss und die Bilanz ist hervorragend. 6 mal gesetzt und 5 mal gewonnen, das macht 5 Satzstücke mit Gewinn, macht 1 Satzstück mit Verlust, macht im Resultat 5 Gewinnstücke netto. Ein hervorragendes Ergebnis So, glaub ich mal was, wir haben ja nur noch mehr gezienend, alsoвид�� Очень stark, interessant Bell und faites keinen HilIE. So, jetzt ist das erst mal eine Rei, unsere Gäste erstaunlichen Ahmed. So, ich t reconciliation. So, wie geht die ca Chief? So, es ist jetzt das n Sale. So, ich folge Frage, was ich auch mal journalists in Feedback. So, ich helfe? So, wo Users hat mich noch neinαν contradiction angebracht, weil inflamed wird oder mehr tanta? So, ich bin mir gerade für die Neu-Ger Buben, weil sie jetzt besetzt. So, car Party-Germinieter wurde, was halt nur. Untertitelung des ZDF, 2020